und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von final fantasy ja in der letzten folge sind wir hierhin gelaufen zum lehrmeister der arena und haben schon die ersten drei runden waren es glaube ich gemacht es sollen noch einige runden auf uns zukommen ich denke mal ich vermute mal bis wir alles voll haben ich idiot habe jetzt gar nicht darauf geachtet was er mir jetzt als letztes eigentlich gegeben hatte war das nicht in hut oder das ist jetzt die falsche klasse oder moment ich muss mich mal eben hier wieder zack ich muss jetzt erstmal wieder zurück gehen was ist denn das jetzt für mut gewesen nee alle klassen wieso kann ich dann meine klamotten nicht behalten das verstehe ich nicht den ring hier genau den hat er mir beim letzten mal gegeben den wollten wir nämlich kurz anlegen aber das habe ich dann vergessen so jetzt reden wir noch mal mit dem lehrmeister bzw der sagt immer das gleiche angriffen ausweichen schon wieder diesmal so diesmal vier angreifer ach du scheiße abgeschlossene übungen was kann man hier flächen angriffen aus okay also scheint wohl doch wieder was neues zu sein okay scheint ja eine ziemlich lange nacht zu werden wenn ich das noch durchziehen für hülle erklär du mal erinnerst du dich wieder gelernt ist angriffen auszuweichen ja das habe ich ja schon 15 stufen lang gemacht wenn du dein wissen nun an ausweichen angreifen ausweichen angreifen also das was ich schon in der ersten runde gemacht habe um die übung zu bestehen musst du mit deinen freunden zusammenarbeiten und den gegner besiegen jetzt weißt du was du zu tun hast sag mir bescheid wenn du soweit bist ja also ein ganz normaler kampf sozusagen nur dass wir da anscheinend wieder ein tank oder so mit dabei haben okay hallo der jetzt oder was zwar laufen das war jetzt eigentlich nicht so die planen ja so steht noch ein ruide bei mir habe ich gesehen so sollen wir den auch angreifen oder wie nee wir sollen aber weiter den angreifen oder wenn ich das richtig verstanden habe dann lenkt mich nicht ab okay naja viel platz hatte ich jetzt hier nicht aber es ging noch wobei ich zugeben muss dass der angriff schon also gerade diese großen kreise die sind immer abartig finde ich weil ich da nicht schnell genug rauskomme denke ich immer so bedenke wenn du angriffen nicht ausweist und schnell und schnell zu boden gehst kannst du deiner gruppe zu nicht zum sieg verhelfen ach nee deswegen ist es so wichtig ausweichen und angreifen ausweichen und angreifen ausweichen und angreifen das ist der weg zum sieg du hast dir eine belohnung verdient vergisst nicht was du heute gelernt hast schön und die sind alle so viel besser die sachen schön schön einmal die hosen bitte zack wie sehe ich denn eigentlich aus nein man kann die hosen nicht wirklich sehen okay na gut wir gehen in die nächste runde ja entschuldigung bla bla feindliche verstärkung aufhalten oh gott äh okay das hört sich jetzt irgendwie schwierig an ja erklär du mal als nächstes üben wir mit verstärkung umzugehen im laufe des kampfes werden neue feinde erscheinen ja das hatte ich schon mal öfter die verstärkung stürzt sich auf den druiden der nicht so viel einstecken kann schalte die verstärkung daher so schnell es geht aus ich habe leider keinen flächenschaden das ist mein problem um die übung zu bestehen musst du alle gegner besiegen okay ja draufhauen so wie sonst auch immer das muss ich jetzt machen aber ich muss den druiden auf jeden fall beschützen also ja achso ich muss mit ja ja ich muss mit dem reden okay ich war jetzt gerade noch so entsetzt ich habe jetzt gar nicht drüber nachgedacht dass ich noch drücken muss also den druide hier rechts der kriegt dann gleich eins auf die Nuss also den druide hier rechts hallo kann ich nicht machen hallo hallo bleib doch mal stehen hallo 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Ja, das ist mir schon klar, aber das war ja nur ein Druide. Also, sprich, es war ein DD. Du hast hier eine Belohnung verdient. Vergiss nicht, was du heute gelernt hast. Bla, bla, zack. Oh Gott, wie viele Runden sind das? Hilfe! Und ich hab noch nicht mal die Hälfte gemacht, wenn es jetzt damit geht. Das ist so schrecklich. Mit dem Gelände interagieren. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Okay. Dann wird's wohl doch nicht eins von zwei Videos, sondern es werden wohl doch mehrere Videos, wenn wir das alles durchmachen müssen. Die nächste Übung beschäftigt sich mit den Mechaniken und Vorrichtungen, die man in Höhlen, was auch immer. Während des Kampfes wird ständig neue Verstärkungen durch das Tor kommen. Du musst das Tor schließen, um eine Chance zu haben. Okay. Nutze dazu den Hebel neben dem Tor. Ja, dann greifen die mich wahrscheinlich an und das geht nicht. Um die Übung zu bestehen, musst du alle Gegner besiegen. Ja. Okay. Hebel neben dem Tor, um das wieder zu schließen und dann muss ich die besiegen. Ja, können wir gerne versuchen. Oh Gott. Ich mein, gut, der sagt mir ja zumindest nach dem Motto, lauf jetzt zum Hebel oder so. Ich seh hier aber keinen Hebel neben den Türen. Da meint der... Nee. Nee. Das ist mir, okay. 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 Ja, also scheinbar kommt nur einmal Verstärkung das Tor. Ja, cool. Das war jetzt wirklich mal die einfache Variante. Ich schätze allerdings, dass es in Dungeon nicht so einfach sein wird. So, der Gegner hatte für einen Moment die Initiative, aber du hast deinen kühlen Kopf behalten und den Kampf herumgedreht. Es ist wichtig, das Kampfgeschehen im Blick zu behalten und entsprechend zu reagieren. Du hast dir eine Belohnung verdient und so weiter und so fort. Äh, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. War das jetzt das Oberteil oder... Ne, ne? Rose war es aber doch auch nicht. Scheiße, was habe ich denn jetzt bekommen? Ah, ich hätte drauf aufpassen sollen. Ähm... Wieso bringt mir der Hut so viel mehr? Oder habe ich jetzt doch diese Robe... Ich meine eigentlich, ich habe die Robe bekommen. Aber die ist auf jeden Fall nicht besser. Hm, naja, verstehe ich nicht. Dann lasse ich mal die Sachen an. So, letzte Übung. Ah, sehr schön. Ähm... Ja, steht nur nicht drin, was es sein soll. Wahrscheinlich alles, was man gelernt hat, jetzt einsetzen oder so. Würde mich jetzt nicht wundern. Dass man das hier quasi nochmal im Trockenen übt, sozusagen. Und dann... Äh... Ach, das sieht aber schön aus. Und dann... Später ins Verlies reingeschickt wird, einfach. Ja, komm. Sag mir, was Sache ist. Im freien Feld wirst du alles zeigen müssen, was du gelernt hast. Ich wusste es. Ähm... Aber ich bin jetzt, ja, einfach draußen. Wenn du alles anwendest, was du bisher gelernt hast, wirst du die Übung bestehen. Ja, wobei jetzt hier nichts ist, wo ich jetzt Hebel drücken könnte. Aber das mit den Ausweichen, das wird jetzt echt übel werden, schätze ich mal. Das ist nämlich genau das, was ich am meisten hasse. Waffenmeisterangreifer, das sind wir. Das ist mir jetzt den Dodo, oder? Doch, der Dodo, ne? Na, das dachte ich mir jetzt schon. Wo kommen die Feinde her? Ja. Aber ich kann halt nirgendwo, ähm... Ah, komm schon, komm schon. Okay, er geht auf mich, sehr schön. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Oh, komm schon, komm schon. Da sind noch welche, okay. Nein, oh, spring raus, Mann. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Er ist stärker als die anderen, oh oh. Och ja, springt los nicht weg, ehrlich. Oh, okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, das heißt, ja, dass ich jetzt quasi nichts mehr zu tun habe. Worüber ich ehrlich gesagt sehr, sehr erfreut bin im Moment, weil, ja, es war doch irgendwo so ein bisschen nervig, will ich jetzt nicht sagen. Aber ich sag mal, das Schöne an Final Fantasy sind ja nicht diese Kämpfe, diese Dauerkämpfe, sondern das Schöne an Final Fantasy sind halt die Quests, die man erledigt, die Videos, die man sich angucken kann und die Gegenden, die man erkunden kann und so weiter. Und, ja, wenn man dann hier dauerhaft über zwei Folgen, ich glaube, es waren sogar schon fast drei Folgen, ich bin mir gar nicht sicher, nur mit diesen Rumgeballer und Gegner töten und so beschäftigt ist, dann macht's dann auch irgendwann keinen Spaß mehr. Ja, klar, hin und wieder mal so ein Dungeon laufen oder so ist kein Thema. Das ist dann natürlich auch was anderes, wenn man das Ganze mit der Gilde macht beispielsweise. Aber bin ich ganz ehrlich, das war jetzt auch nicht so meins. Ich meine, mal reinschnuppern ist in Ordnung. Richtige Läufe machen in richtigen Verliesen ist bestimmt auch wieder was anderes, weil ich denke, dass da wohl auch so eine Art, ja, kleine Quest mit dabei ist, wie es halt bei Teso ist. Man nimmt am Anfang des Verlieses halt die Quest an und hat dann auch so Zwischensequenzen und so. Ich denke mal, so ähnlich wird das hier wahrscheinlich dann auch sein. Bin ich auch ehrlich gesagt schon ein bisschen gespannt drauf. Ich befürchte allerdings, dass das jetzt meine nächste Aufgabe ist. Ja, deswegen würde ich jetzt sagen, da das sicher noch etwas länger dauert und wir jetzt ohnehin schon sehr, sehr spät in der Nacht haben, dass wir hier erstmal die Aufnahme beenden. Und ich dann mal schaue, ob ich das wirklich als nächstes mache, wenn ich mich morgen wieder ransetze oder ob ich eventuell sage, ich mache zwischendurch mal was anderes. Weil ich habe zum Beispiel das mit der Gilde, mit den Gilden, die ich noch machen kann, habe ich noch nicht gemacht. Das brennt mir auch immer noch in den Fingern. Und ich habe das noch nicht gemacht mit den Freibriefen, das wollte ich euch noch zeigen. Das denke ich mal, werde ich als nächstes machen. Und ja, hier ist eigentlich ein ganz guter Cut, weil das haben wir jetzt abhaken können. Das haben wir jetzt hinter uns gebracht mit der Arena und dann können wir, denke ich mal, mit der Hauptgeschichte weiter fortfahren. Allerdings nicht im nächsten Video, da möchte ich dann schon gerne, ja, ich denke mal, mit den Freibriefen erstmal was zu erklären. Die habe ich ja schon mit der Druidin soweit begonnen, dass ich mir das mal angucken konnte und so. Und ist auf jeden Fall auch noch was Interessantes, weil wenn ich das dann nämlich gemacht habe, kann ich die Sachen dazu, also die Aufgaben, die es dazu gibt, kann ich dann nämlich offline weiterführen. Und das ist letztendlich ja, ja, mein Ziel bei der ganzen Sache. Ich bedenke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.